Musik Musik Ja, also ich bin Kunsthistorikerin und habe mein Atelier in Dieburg, das Kostümatelier und habe eben meine Leidenschaft für Kostümarchäologie und damit auch für Rekonstruktion historischer Gewände. Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß und durch die Kunstgeschichte ist der Schritt in so eine Sache natürlich sehr einfach. So was hat man verschossen? Maximal 300 Meter und die üblichen Kampfentfernungen lagen zwischen 50 und 150 Meter. Diese tapferen Recken wollen sich messen, in verschiedensten Arten aus dem schottischen Land sich die Kräfte zu messen. Bitte freut uns! Musik 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 Wir sind eigentlich schon, das fing der Jugend eigentlich an, immer mit Rittern gespielt. Früher andere Kinder haben mit Cowboys gespielt. Unsereins hat dann irgendwann angefangen mit Ritterburgen zu spielen, mit Ritterfiguren. Dann kam, dann kam, dann kam, dann wurde das Interesse, dann wurde mehr, man hat sich dann Ritterfilme gekauft, Ritterfilme angeguckt. Und irgendwann ist man einfach in dieser Welt abgetaucht, weil man sie einfach nachleben wollte. Und so ist eigentlich diese ganze Geschichte entstanden. Und jetzt sind wir seit gut 16, 17 Jahren unterwegs in der Halb des Mittelandes. Und wie oft macht ihr das denn ja? Zwischen, wir sind so im Jahr zwischen 12 und 14 Märkten. Auf 12 bis 14 Märkten. Und das andere auch nochmal als Besucher teilweise. Also so Lage sind wir dieses Jahr zwölfmal unterwegs. Ich erkläre einmal dieses Spiel. Ziel ist, Ziel ist es, seinen Gegner mittels eines Strohsacks vom Bornstamm zu hauen. Zwei, eins, auf die Murmel! Ein Haus, die ganze Zeit, die ganze Folge hervor! Ein Haus, die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit! Ein Haus, die ganze Zeit, die ganze Zeit! Wir gehen halt gerne über die Märkte, weil uns so Spaß macht und Gleichgesinnte findet, so als Hobby halt.